Bei den Future Champions in Hagen am Teutoburger Wald ist Lucy-Anouk Baumgürtel Teil des Deutschen Nationenpreisteams. Es ist halt schön, wenn man sich mit anderen Leuten austauschen kann, weil man halt nicht Einzelwertung ist, sondern wenn man halt dann zusammen reitet und zusammen seinen Erfolg feiern kann. Hier wird Reitsport zum Teamsport. Und auch die Stimmung im Deutschen Pony-Dressur-Team stimmt. Bei uns ist jeder zu jedem nett und wir verstehen uns eigentlich relativ gut. Es ist schön, für Deutschland reiten zu dürfen, weil man sich auch mit anderen Leuten austauschen kann und weiß einfach, ja, es ist schön. Bundestrainerin Cornelia Enderis hält große Stücke von dem jungen Nachwuchstalent. Lucy ist eine tolle Teamreiterin. Einmal, weil sie trotz ihrer jungen Jahre schon unheimlich routiniert und mit ganz viel Übersicht im Viereck reitet. Und dann eben diese tolle harmonische Kombination. Massimiliano und Lucy sind einfach ein tolles Team. Harmonisch miteinander und losgelassen. Und ja, so wie wir uns eben Reiterei im positivsten Sinn vorstellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020